Hallo und willkommen zu einem neuen Video von The Soundfile aus der Burg Grünsberg und natürlich wie immer aus den Amazing Sound Studios. Und heute machen wir mal wieder ein bisschen Platten-Tipps für euch, Vinyl-Tipps aus meiner Sammlung. Und ich muss auch dieses Mal tatsächlich, wir hatten ja schon mal zwei so Gegenüberstellungen, Digital Streaming versus Vinyl, wo Vinyl doch erschreckend deutlich gewonnen hat. Diesmal relativiert sich das so ein bisschen, möchte ich euch gleich sagen, wir haben den Vergleich wieder gemacht. Ja, und es ist ein kleines bisschen anders ausgegangen. Aber wir gehen natürlich gleich zur Sache und starten mit einer Platte von Susan Weger. Solid to Standing heißt dieses Werk von 1987, aufgenommen in diversen Studios in New York und auch in L.A. Produziert von Lenny K. und Steve Adabo, sagt Wikipedia, auf der Platte selber steht gar nichts dazu, finde ich irgendwie einigermaßen spooky. Kennt die beiden jemand? Ich kannte sie nicht. Was ich aber hören kann, ist, dass die Platte meiner Meinung nach wirklich sensationell klingt. Und es ist aber auch eine wirklich, wirklich tolle Band, eine tolle Stimme sowieso. Und man kann da ganz klar erkennen, wie viel ein gutes Arrangement am Sound einfach macht. Der erste Titel, Solitude Standing, sind zwei akustische Gitarren, eine links, eine rechts und dann eigentlich nur noch Bass Drums. Und die Stimme, die Keyboards werden in ihrer Funktion so ein bisschen ersetzt von so ein paar sparsamen Slide Gitarren, die da drin sind. Wundervoll luftig. Trotzdem, da wo es fehlt, dann einfach noch so ein paar Percussion drin, um das Frequenzband komplett aufzufüllen, finde ich immer wieder einen tollen Trick. Und erst in der zweiten Hälfte kommen noch so ein paar Keyboards mit rein, also klassische Treppendynamik. Das kann man auch wirklich mal als Kurs nehmen, wie man ein Singer-Songwriter-Pop-Stück einfach dynamisch und musikalisch sinnvoll aufbaut und arrangiert. Dann muss man beim Mischen eigentlich nur noch Hausaufgaben machen und die Sachen vernünftig abnehmen. Und dann ist die Kiste eigentlich schon gelaufen. Natürlich ganz, ganz berühmt Tom's Dinner von dieser Platte. Das ist ja auch als Dance-Track dann mal remixed worden mit diesem tollen Thema. Das als letztes dann auch noch am Anfang als A-Cappella-Nummer. Als letztes dann instrumental wunderschön arrangiert, orchestriert, hätte ich schon fast gesagt. Und ja, wir haben hier natürlich auch wieder den Vergleich zwischen Vinyl und Digital. Und Digital lag hier tatsächlich als High-Resolution vor. 24-Bit, 96 Kilohertz. Und ich muss sagen, ja, Tom's Dinner hatte für mich gefühlt ein minimal Mehrhall auf der digitalen Version. Vielleicht wurde da auch was an der Räumlichkeit gemacht. Ich weiß es nicht. Insgesamt klingt diese Platte aber auch digital wirklich herausragend gut. Und ich muss da wirklich sagen, klares Unentschieden. Klares Unentschieden. Ich könnte mich da wirklich schwer entscheiden. Ich bin aber gespannt, ob von euch jemand vielleicht die Platte auch hat und einen tollen Plattenspieler. Und auch Cubus mit einem tollen DA-Wandler. Hört es euch mal rein. Schreibt uns in die Kommentare, wie euer Eindruck ist. Wir gehen noch zehn Jahre zurück und landen im Jahre 1977. Und da kam diese Platte Fleetwood Mac Rumors. Ein wunderbares, ja, wenn es den Begriff damals schon gegeben hätte, hätte man vielleicht gesagt, Singer-Songwriter-Pop-Album. Aber auf jeden Fall Pop-Album und für mich eine typische Produktion der 70er Jahre. Ein sehr, sehr analoger Sound mit teilweise auch hörbarem Klirr-Anteil in den Stimmen drin. Also es ist grundsätzlich eine druckvolle, tolle Produktion. Die Stimmen finde ich teilweise so kleines bisschen aggressiv. Und ich habe bei Cubus tatsächlich ein Remaster von 2001 gefunden. Und auch da war der Vergleich tatsächlich gar nicht so uninteressant. Einige Songs habe ich auch hier wieder rausgegriffen. Das eine ist Dreams mit einem ganz, ganz sparsamen Arrangement, was sich ähnlich wie bei Susan Vega auch da schon so richtig treppenmäßig aufbaut und immer mehr, immer mehr wird. Und allmählich steigert wirklich ein toller Song einfach zum Nachproduzieren. Don't Stop kennt wahrscheinlich jeder. So richtig fetzige Pop-Nummer und das Remaster ist da wirklich interessant, weil es ist deutlich lauter als das Original, wo bei dem Dreams zum Beispiel zwischen Platte und Stream eigentlich kaum ein Lautstärkeunterschied ist, haben sie bei Don't Stop ziemlich Gas gegeben und haben es lauter gemacht. Das kann die Nummer auch vertragen, klingt auch ein bisschen räumlicher. Also, ja, der Volksmund würde sagen, das klingt jetzt aber moderner. Das tut es, es ist auch nicht schlecht. Es ist auch alles noch im Rahmen, ist weit davon entfernt, lautniswurmmäßig totgemastert zu sein. Es ist eben wirklich moderner. Ich bin der Meinung, gebraucht hetzt es nicht. Ich finde das Original stimmiger und ja, so ein bisschen intimer auch und so. Also, mir gefällt das Original besser, weil es einfach auch das Original ist. Ich bin oft der Meinung, die Sachen sind so gut, man muss eigentlich nicht Hand dran anlegen. Songbird ist mir dann auch noch aufgefallen. Eine wundervolle Ballade mit akustischem Piano und Gitarre. Und da muss ich tatsächlich sagen, da hat mir die digitale, geremasterte Version deutlich besser gefallen. Wirklich deutlich besser. Das Piano steht richtig greifbar im Raum. Das Wind bei Vinyl nicht so griffig. Der Raum ist nicht so deutlich erlebbar. Die Akustik-Gitarre ist bei Vinyl im Vergleich fast nicht zu hören. Dabei lohnt sie sich wirklich. Und auch die Stimme steht viel deutlicher separiert vor dem Piano im Raum. Also, an der Stelle wirklich ganz klar für mich digital hat die Nase vorn. You Make Love and Fun ist auch eine lustige Nummer mit so einem Wechselspiel zwischen hoher Clavinet und Rhodes. Später kommen noch tolle Chöre dazu. Auch da klingt das digitale Master räumlicher, aufgeräumter. Trotzdem finde ich die Vinyl-Version so insgesamt ein bisschen stimmiger. Hat für mich eigentlich mehr Einheit als Song, als Gesamtklangbild. Aber besser durchgezeichnet ist die digitale. Das ist für mich wirklich, wirklich Geschmackssache. Oh Daddy ist es eigentlich ganz, ganz ähnlich. Auch eine wunderschöne Nummer. Und da auch so bei der Platte wirklich bei einem Lied, wie gesagt, für mich ganz klar digital vorne. Bei anderen Sachen, die Stimme klärt ein bisschen weniger digital. Das ist auch angenehm. Aber bei einigen Sachen sage ich auch, okay, die Vinyl ist einfach originalgetreuer, ist einfach in sich stimmiger. Ist für mich wirklich ein Beweis dafür auch, wie vorsichtig man beim Remastern sein muss. Man kann da manche Sachen wirklich deutlich besser machen. Aber man kann auch vieles von dem originalen Charme einfach verwässern dadurch. Trotzdem bin ich gespannt, wie ihr diesen Vergleich seht. Macht ihn mal und schreibt es uns in die Kommentare. Die letzte Platte ist geschrumpft. Oh Mist, ja. Die letzte Platte ist tatsächlich eine CD. Es tut mir unfassbar leid. Aber ich fand das Album einfach musikalisch so passend zu den anderen beiden Platten, dass ich gesagt habe, okay, die muss jetzt damit rein, auch wenn ich sie selber nur als CD besitze. Die Rede ist von Sinead O'Connor. I do not want what I haven't got. War damals natürlich ein Hit-Album. Besonders mit dem von Prince produzierten Nothing compares to you. Das war natürlich ein Mega-Hit überall. Sinead O'Connor hat einen Kometen auf den Aufstieg hingelegt und natürlich auch einen ganz, ganz viel Renommee bekommen. Er hat auch mit Sting zusammengearbeitet und mit anderen. Er ist dann aber relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Er war politisch ziemlich aktiv, teilweise auch umstritten, teilweise mit Statements gegen die Kirche und so weiter. Er ist im Juli 2023 relativ mysteriös verstorben, also auch schade drum. Was uns aber bleibt, ist eben diese Ausnahmeplatte mit teilweise opulenten String-Arrangements, mit teilweise opulenten Elektroschlagzeuggeschichten, trotzdem unglaublich intim. Und was halt herausragend ist, ist wirklich die Stimme, die wirklich alles überstrahlt, obwohl sie gar nicht so laut ist. Ganz, ganz intim gemischt. Wo gibt es heute sowas noch? Zu Zeiten, wo es noch kein Melodyne gab und nichts gab. Wirklich tolle Geschichte. Verglichen habe ich das Ganze, obwohl es CD ist, mal mit einem Stream. Und aufgefallen ist es mir vor allem bei Feel So Different zum Beispiel. Und da war der Stream klassenbesser als die CD. Wobei ich sagen muss, das lag wahrscheinlich tatsächlich an meinem CD-Player. Mein CD-Player ist ein SA7001 von Marans. Es ist sogar ein Super-Audio-CD-Player. Sollte also vernünftige Wandlung haben. Mein Stream hängt aber an dem TrueMatch-Wandler von Stagetick. Was ja meiner Meinung nach einer der besten DA-Wandler ist, die ich jemals gehört habe. Und es ist tatsächlich so, die Stimme klingt gedrückt, die Räumlichkeit ist weg. Ich schiebe das wirklich auf den Wandler. Trotzdem, auch das ist ein Remaster. Aber wie gesagt, die Artefakte, die ich da gehört habe, sind mit Sicherheit auf den Wandler zurückzuführen. Stretch on Your Grave. Eine interessante Produktion mit einer Stimme, die präsent ist, aber nicht so überlaut produziert wie heute. Das ist ja ein Beweis dafür, dass man die Stimme eben nicht 6 dB lauter machen muss als alles andere. Wenn sie nur eigentlich gut genug gesungen ist, natürlich. Bei Three Babies macht das Remaster wirklich alle Instrumente besser hörbar, also besser separierbar. Wie gesagt, bei Tubus liegt ein Remaster von 2009 vor. Allerdings macht es auch den Stimmhall etwas besser hörbar, etwas präsenter. Ob einem das gefällt oder nicht, ist ein bisschen Geschmackssache. Anders sieht es bei Amperors New Clothes aus. Da wird auch durch das Remaster der Stimm halt deutlich präsenter. Und meiner Meinung nach wird die Stimme jetzt aber auch richtig verfärbt dadurch. Also da gefällt mir die CD-Version deutlich besser als das Remaster von 2009. Bei dem Song Black Boys on Mopeds dagegen klingt der Stream wieder deutlich besser als die CD. Aber da schiebe ich es mal wieder auf meinen Stage-Tech-Wandler bzw. auf meinen Marans CD-Player. Was mir am Ende bleibt, ist wirklich eine Frage, die mich brennend interessiert. Hat jemand die Vinylplatte von dieser Platte? Hat jemand diese Scheibe auf Vinyl und kann jemand den Vergleich zum Cubistream machen? Kann mir das jemand in die Kommentare schreiben? Das würde mich wirklich nach all den Erfahrungen, die wir in letzter Zeit gemacht haben, brennend interessieren. Schreibt es uns in die Kommentare und bleibt uns wie immer treu. Bis zum nächsten Mal. Tschau.